So, dann kann ich jetzt ein Fazit Video und zwar zum Detail-Chip und zwar, und zwar soll es fehlt schon. Detail-Chip und zwar, wie fand ihr es eigentlich, mein Detail-Chip? Ich weiß, dieses Video ist ein bisschen gespätet, aber es ging halt nicht anders. Ich fand es jetzt eigentlich, also die Auflistung der Videos ist noch nicht ganz vollendet. Es kommt noch ein paar. Und zwar habe ich diesmal die Nummer rückende Videos so gemacht, dass die Fortresszahl den Resetag beschreibt und die Hintrittszahl, wie soll ich die Hintrittszahl nennen, die Videoanzahl an dem Tag, an diesem Tag, zustellen, darstellen. Damit ist es einfacher und ich komme nicht so leicht aus dem Konzept, so wie bei der Saranac Queen oder beim Sazer-Chip. Oder beim British Empire March. Ich habe leider alle, ich habe leider alle, ich habe leider alle, ich musste leider alle Videos nicht haben, weil ich keinen Platz aufgewesen hätte und die anderen Gäste mit drin. Aber, keine Panik. Ich werde nochmal dorthin reisen, nach Schwester und nach Leberburg und mache die Videos für euch fertig. Ich werde jetzt halt beendet. Unter anderem Namen aber, wie jetzt hier sehen. Nimmst das hier, im Boot und 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 und. Des Weiteren, wie findet ihr die Qualität, vor allem der Gopros. Aktuell verwende ich noch eine GoPro Hero 3 plus HD, aber ich habe mir vor eine, vor mir eine GoPro Hero 7 zu kaufen. Aktueller, aktueller Ladenpreis 2 Euro. und das ist eine, vor allem der Gopros. Und das war das, was ich noch nie aus dem Video. Man muss auf dem Video über den Video. Und das war die Augen nicht so gut, wir haben ja über die Hälfte und die Hälfte und die Hälfte. Alles klar, das war immer.